Ein Schwert, ja... Sehen wir da oben hier noch ein Drauschneide. Ah, diese Viecher nerven ja über die Schwertspinnen, Alter. Ja, ist recht. Wird ja noch mehr Viecher angegriffen. Ungefähr 5.000 Viecher wird ja immer angegriffen. Wir haben die Schwertsbonne abbauen hier. Boah, das leckt auch über gerade. Heilige Spinnen, Leute. Was? Doch, irgendwie so heilige Spinnen und Viech. Ja, die Spinnen ganz ehrlich, die vier nerven mich extrem. Wie nerven die Berge da, die was man da überwinden muss? Ja, so. Hier sieht jemand da oben drin. Ist ja nur schlimmer als wie... Nein, nein. Nervt mich doch nicht. Ja, diese Mini-Spinnen nervt vielleicht. Die braucht unbedingt der bessere Rüst, um dann schlafen zu mir. Oh nein, es ist da eine Schlucht. Wie sind dort übergekommen? Ich hasse es, wenn man nicht fliegen kann. Wieso? Seht mich erst einmal wieder durch die Erde im Boden mit der Hand. Ah. Was? 260 Meter haben wir noch. Ich hab ein bisschen auf Stahl eben rum. Ich bin am Haus. Was? Das ist ein Turm als Obsidian. Ja, ach nee. Da war vorher ein Lappes-Hazeliblock drauf. Da hab ich abgebaut. Haha. Wenn du... Der Turm ist echt nur Scheiße drin, diesen Turm hier, in dem Labyrinth. Meine Fresse. Wir haben kein einziger Turm von, wo noch etwas Gutes drin ist. Überhaupt irgendwas kleines Gutes. Ich seh dich schweben, ich seh dich. Wow! Aua, aua. Bistrich sehe dich nirgendswo Ich komme über das Wasser Wasser quasi am Eingang von Labyrinth Nein, sehe dich So, wenn der ganze Misty weg ist Was ist hier? Was ist hier? Ja Ich kann dir jetzt mal instant heal dazu Ich habe mich aufgehoben Bist da Bist da Bist da So geht der Jetpack wohl hier Bist da Da ist da Ja Das müsste alles gewesen sein Ah, ich konnte jetzt nur mal fliegen Oh, zu essen Hast du nur was zu essen? Ja, ich habe noch was Was gibt's dir? Ok Ich hätte meine Team mitnehmen sollen, verdammt Ich hätte meine Gravity Bugle mitnehmen sollen, die einfach mitschleppen können Naja Hm Also hier müssen wir nicht weiter schauen, hier gibt's nichts mehr Habe ich alles aufgeräumt und hier ist nur Scheiße drin Aua Nur Dreck Bist du Ja Ich muss außen rum entlang laufen Ok Aber wieso laufe ich nicht mehr schnell? Highlight Bomb, ja Warum laufe ich nicht mehr schnell Habe ich auch mal Habe ich auch mal Leggends Ich habe den Modus eingeschalten Hm Hm Auf dem Fall langsam Haben wir die Feuer nicht schon? Ja, doch Und dann sind wir da zum Labyrinth Und dann ist mein Dings ausgegangen Ja Wo bist du? Ja, bei dem Labyrinth Mal zu dir Schauen wir mal die ersten Koordinaten von dir Wenn wir die Burg wieder finden Vielleicht findet man das Portal wieder Von der Portalgang Ah Was hast du? No Ich kann nicht mehr raufscrollen Ach F*** Ich kann aber Da ist nichts Das erste Na Und? Da hast du da rein Ach genau Wir müssen zu 1000 Was schreibt hier? Minus 1000 War irgendwas Und 6 Ja genau Aber Das probieren wir jetzt mal das Badlog Das heißt du musst den Scheiß Badlog noch finden Und das ist nicht einfach He Ja Das sind wieder die Scheiß Bäume Ja Mann Ich Das ist kein Problem aber für diese Demo Toll Ist Wolf Ich werde dir das Spiel an Erlaubst du dir das heißt? Lol Das zaubert einer Aua Das ist ein Witch Ein Druide ist das Lol Ein Riesenwolf Geh weg da Gut Weiter Was Trudgeberries Was Trudgeberry Was Trudgeberries O Die Gehen irgendwie nicht Aua Aua Hilfe Oh mein Gott ist der Dunkel unter dem Baum Oh mein Gott da ist wieder Savaged Oh mein Gott Enderman Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Go Perdd Help me Help me Jetzt ist ein Zombie, nicht mehr. Ich bin irgendwo hinter dir. Oh oh, Endstation. Da gehts raus. Jetzt weiß ich warum das der Raustnik spawnt. Das ist ein Monument. Ja, da ist nichts drin in dem Scheißhaus. Weiß nichts, kann man vergessen. So, wir müssen noch eine Richtung Koordinaten gehen, wie vorliegt so. Ja, ich laufe erst einmal in minus tausend nahe Schwierigkeiten in die Bäume. Die sind in die falsche Richtung da draußen. Bist du? Ja. Minus tausend. Du rennst erst einmal plus 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 tausend. Ja, und ich renn minus a auf. Minus geht auch noch um. Ich bin eine Megaspinne. Ich bin eine Megaspinne. Da muss ich... Das Wetschler bleibt weg. Okay, die machen nicht keinen Damage aber. Nein. Nein, ich bin wieder da durch. Bordstärkisch. Muss jetzt da wirklich durch? Ja, musst du leider. Ah, da hinten ist er schon hell. Warte, ich führe mal, wenn du so leuchten nimmst, ob du was sehen kannst. Also im Wasser gehen schon mal nicht deine Lichter. Nein. Da hinten schwebt noch eins in der Luft zwar. Das Ding leckt alles so, weil du die Dinge umeinander schießt. Schau mal, die Banken direkt in der Luft umeinander. Die Banken ja nicht rum und die schweben da oben einfach nur. Mhm. Muss ich mal vorlaufen. Geht wieder aufs Langsägeblock hier oben. Äh, lol. Lol, was denn da am Boden? Was da an deinem Boden, Junge? Was? Da am Boden ist. Wo denn? Was? Hier. Longhallfield. Lol. Lol. Was denn, Alter? Wolle sich abhornen, ey. Ja. Was ist das? Vielleicht kommt man doch irgendwie in die Reihe auf eine bestimmte Weise. Was ist das noch dabei, oder? Was ist das noch dabei, oder? Was ist das noch dabei? Hier geht's unter. Was ist das zum Geier? Ich hab Angst, dass die du haust. Auf mir raus. Auf mir raus. Ey, ich konnte nicht wegfliegen. Dummeleins. Nein. Du glaubst ja da drin, ey. Ey. Wie, du, entweder in Rotbus, ich verarsche. Aha. Hier. Ja, genau. Ich glaub, das kann man gar nicht so weit sein. Das sind drei, bitte. Das ist wahrscheinlich genauso Würfel. Was siehst du bei... Was siehst du bei... Weißen Western dabei? Ja, da ist. Ich hab Western dabei. Ich hab Verholz dabei. Ich hab Verholz dabei. Nein, das geht sogar. Warte. Ich glaub man... Ich glaub man... Ich glaub man... Man kann die Verwärtssignale irgendwie aktivieren oder so? Aha. Nein, nicht. Nein... 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 Oder auch nichts. Okay, raus hier. Jetzt hab ich halt den... Verahmen, wo ich mir hier reinkommt. Das komische Teil. Neue, wo ich nicht machen jetzt. Was ist denn das denn scheiß? Keine Ahnung. Wer hier ist denn das noch? Erst einmal wieder nach oben käme. Ja... 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 Was ist denn das? Falls irgendwer von euch ne Ahnung was es ist, schreibt bitte mal in die Kommentare. Wir haben nicht den... Bisschen... Ja, nicht den... Geringsten... Immer. Meist ja auch. Wo bist du? Nach oben graben. Ja... Ich bin wieder oben. Wie der brennt, keiner wissen was es ist. Aber gut. Ja... Was passen... Oh, der Stein... Wollen wir uns einfach mal so ein Stein-Modament sagen? Wie bist du schon wieder? Halt auf vorne bist du. Keine Ahnung was, das ist unser komisches Fies. Leg jetzt runter... Leck... Bist du? Er hat gerade in dir vorbeigerennt. Echt? Ja, das ist lecker bei mir irgendwie. Jetzt war ich hinter dir. Ah, da bist du. So, wie denn? Ist es für dich eigentlich dunkel hier, oder siehst du alles gut? Ich seh alles gut. Ja, weil ich hab mal irgendwie anders rum kann, ich weiß ich nicht. Sag ja, deswegen... Ähm... Also... Irgendwie bringt der Anzug bei mir nix mehr. Weil ich lauf so schnell wie wenn ich ihn anhabe. Weil wenn du ihn ausfasst? Ja, wenn ich ihn ausfab, lauf ich genauso schnell wie normal. Und wenn ich ihn anhabe, genauso. Weil er kaputt ist oder so, weiß ich auch nicht. Nein, nicht weil rot drinnen. Weil... Vielleicht weil du gestorben bist, deshalb weiß ich es nicht. Ja, ich kann mir doch nicht jetzt mal einen neuen machen, wenn ich gestorben bin. Weiß ich doch nicht. Google einfach mal. Eigentlich wäre Google ein kleiner Nickname, Alter. Google dein Freund und Helfer. Wo bist du? Bei Google.de Hä? Wo bist du, Junge? Bei Google. Ja, genau. Wo du gerade stießt, mein Gott. Ich stehe bei minus 429 plus 1086. Hier hat man 20. 1086. Ich werde mich verarschen. Ich muss gerade an dem Schreiben, weil er wieder spenden mag. Wo stehst du noch? Minus 431 plus 1082. Alles du. aber ich weiß nicht ob es nebenbei die Aufnahme passiert und er hat zwar wahrscheinlich die Stimme noch aber oh ich kann mal sprinten wir müssen mehr in diese Richtung ja einfach geradeaus weiter wenn geradeaus dann baust du das Minus wieder ab ich bin jetzt schon wieder lang gelaufen ich bin auch geradeaus weiterlaufen dann bin ich schon mal auf Minus 3300 irgendwas wo bist du? ja deswegen laufe ich so schräg wird sonst geht das Minus nicht rauf wenn geradeaus weiterlauft wo bist du? auf der Map nach rechts neben Creeper wie? dort mega lecker laufen Minus 500 plus 1226 so weit bist du schon Minus 500 ja deswegen laufe ich schräg weil wenn du Grasweiler laufst dann geht das extrem langsam da ist wieder so Burg so Kabelding Minus 500 wann? was dann? Minus äh plus 240 was? bist du behindert? mehr leider nicht was denn? meine Leute ha 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 was denn? ach 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 mal das die Konaugel in irgendein Schatt rein es kann doch nicht sein wo du bist 1, 2, 4, 3... Wenn ich die 1336 habe, dann laufe ich weiter mehr ins Minus. Ich muss immer sein, normalerweise. Was ist denn das da oben für Burg, WTF, LOL, was ist denn das da oben für Burg, WTF, LOL, wo bist denn du, minus 600? Wow, minus 700 plus 1287, leck mich am Arsch, ist das eine Burg, WTF, wow, genial. Ja, genau, bei der Burg steht da vorne. Ach da, naja, die sind die Burg, wo oben, gerade oben ist der Chef. Die sind übel, schwer, komm, kannst du mal nach oben fliegen. Ich kann nicht fliegen! Was war's? Warte mal kurz. Ich will kurz mal zu nach oben, kurz den Boss töten und dann können wir weiter. Gibt es denn überhaupt einen Eingang? Ich will jetzt nicht fliegen. Ich will jetzt erst mal die Zwisch... Licht... Der restliche Kacke, dann wartet auf mich, gell. Ja, ja, ja. Ah, Twilight Licht. Ja, genau. Ist das schwer? Ja, ja, ja. Ich würde mir gerne die Zuschauer zeigen, aber ich sehe gar nicht. Ich verreckte dich. Was, du verreckst dich? Oh mein Gott. Nur die Leute sind die. Sind Leute da Zombies drin. Da sind bestimmt geile Kisten drin. Ich mache mal einen Waypoint. Wenn ich eine gute Rüstung habe, komme ich wieder zurück. Alter, die machen übelst nicht vor. Die machen übelst nicht mehr. Die machen übelst nicht mehr. Die machen übelst nicht mehr. Das ist Schab– Und hast du den mal fertig? Das ist ein Schab– Das ist Schab– Und hast du den mal in den Kratzer zugänglich? Ja, weil ich kann nicht mal angreifen. Ich schaue dir auch. Ich habe schon mal etwas gemacht. Die Scheiße, ich wollte doch gar nicht aus. Ich weisg mich genau wie gesagt. Wir wissen, das ist so, was wir nicht vào. Du wirst hier bis in die Schab– Stuhl, aber wir wissen, was wir sind. Das ist hier aber gleich rot. ich bin bei mir immer nach oben ja und ich würde mal was ich gerne mal so unten schon mal ich weiß nicht, dass es scheiß viele Kissen sind Alter, nicht den wässlichen da ist der Tod mehr du bist schon im Sterben nein, ich scherb nicht, aber ich bin am stark sicher weil ich nicht weiß, wie man das mit dem Mist abwehrt, ich weiß das nicht mehr, ey, das ist ich auch nicht man kann ja ganz easy alles zum G da irgendwie was ist das, bevor ich mich nicht ablehren soll, ich frage mich also warum kann ich da nix mehr bauen was hast du? zwei, zwei Leben also bist du gleich tot oder was? ja, ich bin nicht gleich tot, aber die vier sind übersicht damit einfach nur was ist denn der Endpass? ich steh jetzt auf der Dachspitze ich steh jetzt auf der Dachspitze aber... ja, jetzt siehst du doch, die hat ein guter Scheißschild da vor sich denn trifft sie nicht mit normalen Hits ich seh keinen Pass ich war jetzt gerade an der Spitze vom... du musst ganz... was muss ich ganz... ähm, zu den Pfeilen hinauf, also das ist ganz da oben da und da in den Raum rein ah, da ist er ja, viel Spaß gegen ihn das sind ja nur zwei, drei Skelette ja, aber ich kann mal nicht angreifen, Skelette weißt du? kann man nicht angreifen ja, aber ich kann mal nicht angreifen, was noch, Alter oh, jetzt gingen sie alle auf die los jetzt gehen sie alle zu dir, aber ich ich glaube, ich gehe nicht angreifen boom haha ja, du musst die Skelette, die schwarzen, die dann wahrscheinlich irgendwie... ja, Alter mit Rechtsklick vielleicht vom Schwert lol oh lol oh, ja, das ist wieder, was hältst du nicht? ahhh 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 ahhh